Wollen wir überhaupt noch eins mitspielen? Boah, mir ist sicher Bock Das Match hat schon begonnen Ey, wir sind wieder mit demselben easy Aber Joker, guck mal, wenn wir schon Bock haben, dann können wir gleich zocken, alter Ja, vor allem, wir spielen jetzt mit genau denselben Mates wie in letzter Runde genau dieselben Wir haben den Dock Ja, ist saugeil und ich pushe Ich pushe Erstmal pushen Der hat nen Bandit Ist das gut? Da steht einfach mal Polizei drauf aufm Bild Der hat auch ne deutsche Flagge, alter Krass Tja, die haben wieder müssen aber trotzdem müssen die auf mich warten Geht ganz einfach Oh Oh Die müssen was Ich finde das so geil Die müssen die 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 raus da wurde das okay du bist leider fett im schussfeld dröten der wahrscheinlich so ein visier damit sie das schild das schild wieder ist tot der schild ist tot man muss ich bin auch im fett im schussfeld was soll ich da machen deswegen hat sich das alter hier kann man nix machen was soll ich sagen ja da ist man das ist eins gegen eins jetzt kann er machen ein gegner das wird gegen schilden machen aber das ist doch echt ok deswegen ja ich habe einen umgebracht dega du leckst komplett ja toll 100k haha loser aber egal wir sind angreifer ich kenne ich kenne die mapseite immer noch nicht wirklich und ich hasse das halt einfach das war komplett eng deswegen muss ich immer pushen man hurry up ffff haha ha 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 kick him ha 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 no wait ha ha no you wait Ich mache Ultra-Settings in 5 Minuten, okay? Dann muss ich mehr loadieren. Gut gemacht. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Haha, ich habe zwei Feinde gescannt. Get on my level, Alter. Haha, die Loser. Haha, zwei gescannt. Bio-Gefahrgutbehälter und die sind sicher. Hey, du kannst die immer wieder scannen. Ich weiß, ich habe die immer wieder gescannt. Haha, die haben nichts gemacht, die Loser. Ach, das ist ein Freizeitpark. Geil, Alter. Das sieht halt geil aus. Das ist so ein verlassener. Oh, was nicht? Ich habe einen... Äh, ich habe einen... Als ob, der Typ hat an. Okay. Hä? Was? Wo? Lol. Naja, der Typ hat an. Dieser, äh, Subdos Bitch. Giff. Dead on. Ja, der wollte nämlich gerade wegvergasen. Infiltriere ihre Kameras. Aktiviere Überbrückung. Ja, der Hacker ist tot schonmal. Sauber. Dieser geile Ofen regelt voll, Alter. Alter. Volt. Hä? Ey, den haben wir... Lol, warum wurde er uns nicht direkt angezeigt? Nur noch einer vom eigenen Trupp. Was ist denn das für ein Typ, Alter? Doktor, das den ganzen Tag? Hä? Hä? Oh, Rainbow ESL. Aber wird doch eigentlich voll Bocken. Kann man schon hier spielen. Oh. Ja, aber das Spiel ist eigentlich kompliziert, Mann. Aber ich glaube sogar doch, dass es locker da eine ESL gibt. Kannst du mir denn jetzt sehen, dass es keine gibt? Haha, die müssen wieder warten. Hahaha. Swir I'm Legend YouTube wurde vom BattleEye gesperrt. Ach, das sind gar nicht die, die hier in diesem Match teilnehmen. Nee, nicht immer. Warte, man kriegt immer die Nachricht, obwohl die nicht in diesem Match teilnehmen. Hahaha, die müssen warten. Ich finde es witzig. Hör I ab. Junge, ich habe mir eh bald eine neue Grafikkarte, Digga. Dann mache ich auch auf Ultra. Ja, dann können sie auch auf mich warten. Ich habe auf sehr hoch gemacht. Wir müssen den Bio-Gefahr-Gutbehälter schütteln. Aber ich habe komplett kranke Einstellungen eigentlich. Ich habe nur eins nicht auf Ultra. Hahaha. Ah, hier ist meine Rüstung. Die Gegner haben den Bio-Gefahr-Gutbehälter schütteln. Du wurdest entdeckt, okay, vom... Ja, toll. Ich wechsle das Magazin. Der Gerät wurde platziert. Nur noch zehn Sekunden. Es bleiben fünf Sekunden. Das Gerät ist vorbereitet. Beschützt den Bio-Gefahr-Gutbehälter um jeden Preis. Ich bin jetzt in der Toilette. Ich bin jetzt in der Toilette. Ich bin jetzt in der Toilette. Alter, als ob ich es geschafft habe. Von wo könnt ihr denn schießen? Von hier. Da. Mann! Dieser Typ hört so an, Alter. Loitschpie. Sag Loitschpie Toilets, Alter. Loitschpie Toilets. Das ist nur noch einer, nur noch einer. Deiner hat immer noch Low AP. Oh, dieser Batata-Hit ist der Einzige, der mich, glaube ich, holt. Der Wichser, Alter. Nice, Mann. That a low. Mann, wie ich das hasse, Alter. Mit dem Schild. One more Schild in Toilets. Weißt du, weil der Schild, der kriegt einfach null Damage. Ja, komm, Alter. Ein Gegner verbleibt. Moment, der kriegt... Nice, Mann. Nice, Alter. Nice, Alter. Richtig geil. Ne, aber ich finde Schild einfach kacke, Alter. Ja, Schild ist auch asozial. Die haben zwei Schilder, glaube ich, wieder gehabt. Junge, ich habe eine fucking Granat auf den Schild geworfen. Geht nicht kaputt. Naja, die Entwickler sind einfach nur Hurensohn, nicht, ey. Ne, du hast halt drei Assists, Alter. Ich habe zwei. Aber der Geilofen regelt, Alter. Der ist gut, Mann. Ich könnte das Match gewinnen hier, Alter. Let's go. Let's go. Haha, jetzt müssen die wieder warten. Hahaha. Ich finde das so geil, Alter. Wieso habe ich das nicht direkt auf Ultra gestellt, Alter. Das weiß ich auch nicht. Ich finde das so geil, Alter. Hahaha. Hurry up. Hurry up. Kick this potato. Wir können nichts machen, Alter. Ist einfach nur geil. Wenn man auf so eine hohe Grafik-Einstellung spielen kann, aber das dauert halt ewig lang zum Laden. Ich habe einen gescannt. One ist upstairs. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Standort des Pio-Gefahrens behält das unbekannt. Ach, haben wir das nicht gefunden? Ne. Mann, block doch nicht, Hurensohn, Alter. Feind draußen. Alter, doch, doch, oben. Oben sind sie, oben sind sie. Die sind so richtig Holz, Alter. Gehen raus. Jetzt wissen wir, wo sie sind. Die sind oben. Die Bombe, äh, diese Bombe ist oben. Okay. Holz, Alter. Lade nach. Ja, fuck deinem. Warte, Mutter, Alter. Ja, toll, Hack. Tschüss. Wie gesagt, die sind oben. Deswegen war einer unten. Ich glaube nicht, dass... Nein, ich glaube nur einer war oben. Können ja auch so wie du sein und pushen. Ja, zu dritt oder so. Aber die haben die Bombe woanders hin. Oder der Holzkopf, der hat gepusht. Äh, die müssen... Ihr müsst den Geilofen helfen. Ja, ich bin doch tot. Ja, äh, unten. Die liegen beide unten. Da ist der Hurensohn, Alter. Scheiß Wichser. So ein dreckiger Wichser, Alter. Natürlich ist er da. Oder noch sonst. Scheiß Hacker, Hurensohn. Er saved diesen unten, oder? Können sie ja nur. Downstairs. Ja, was willst du machen? Ja, lol, Alter. Anstatt, dass die die töten, ey, nee. Und dann verkacken sie das auch noch, anstatt ihn zu campen und aufzupassen. Naja, aber ist noch machbar, Alter. Ist es auch. Wir müssen jetzt nur mal richtig rushen, so wie du. Ja, der hat einen Rauch dahin getan. Der kann da durchschießen. Beziehungsweise durchgucken. Ja, der sieht einen. Holz. Ja, ich sag ja, diese Zaptus-Bitsch hat an. Holz. Der kommt. Der hätte rausgehen sollen, der Idiot. Holz. 15 Sekunden. Ja, komm, rush einfach weiter. Er ist ja... Er hat viel zu lange gebraucht. Aus deiner Position. Eigener Trupp getötet. Ja, der eine hat eh an. Ne, aber ich bin erst mal raus. So. Das war's erstmal für diese... Für das... Für den Part. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.